In diesem Tutorial wollen wir uns anschauen, wie man Gleichungen mit Hilfe von sogenannten Satzform-Null-Produkt lösen kann. Als erstes die Problematik. Wie kann man überhaupt erkennen, dass man diesen Satzform-Null-Produkt braucht? Und zwar im Prinzip sehr einfach zu erkennen. Man schaut alle Terme, die in einer Gleichung vorhanden sind, in diesem Fall haben wir ja nur zwei, und guckt, ob sie was gemeinsam haben. Sehr einfach kann man erkennen, dass sie hier eine Variable gemeinsam haben. Natürlich ist auch eine Zahl da, die zwei wäre auch gemeinsam, aber die Zahlen oder die Koeffizienten interessieren uns nicht, ehe die Variablen sind von Bedeutung. Und die kleinste gemeinsame Potenz von x ist natürlich x hoch 1, die man ausklammern kann. Deshalb an dieser Stelle einfach kurz das x nach vorne ziehen. Dann bleibt hinten nur die 2. So könnte man hier die Funktion in Produktform schreiben. So ähnlich sieht auch bei der folgenden e-Funktion aus. Beide Terme beinhalten ein e hoch x. Deshalb kann man diese e hoch x vor der Klammer ziehen. Entsprechend bleiben beim ersten Term 2e hoch 2x und hinten nur die minus 4. So haben wir hier erreicht, dass die Funktion in Produktform ist. Beim letzten Beispiel, glaube auch hier sehr gut erkennbar, Cosinus x ist der gemeinsame Term. Das können wir erneut ausklammern. Dann bleibt in der Klammer nur noch Sinus x minus 2. Und das Ganze ist dann gleich 0. Also auch hier die Produktform reicht. Wie man daraus diesen Satz vom Nullprodukt anwenden kann, werden wir gleich bei den Beispielaufgaben sehen. Wir fangen mit ein sehr einfaches Beispiel. Wie gesagt, am Anfang sollte man immer schauen, was die vorhandenen Terme gemeinsam haben. Das bedeutet, in diesem Fall haben beide Terme ein x hoch 2 gemeinsam. Deshalb klammern wir auch dieses x hoch 2 raus. Entsprechend bleibt beim ersten Term dann nur noch x hoch 2 übrig und hinten nur die minus 2. So, hier haben wir erreicht, dass die Produktform vorhanden ist. Das bedeutet, nach diesem Satz vom Nullprodukt setzen wir die linke Seite 0. Entsprechend steht dann x hoch 2 gleich 0. Und die rechte Seite 0. So, dann formen wir jeweils um. Auf der linken Seite können wir nicht viel machen, außer theoretisch die Wurzel ziehen. Dann kriegen wir eine doppelte Lösung bei 0. Auf der rechten Seite kann man noch ein bisschen umformen. Entsprechend haben wir dann x² ist gleich 2. Und wenn wir die Wurzel ziehen, haben wir zwei Lösungen. Eine negative, also Minuswurzel 2 und entsprechend Pluswurzel 2. So, das ist es vom Prinzip. Also, egal wie viele Terme miteinander multipliziert werden oder mit Mal verknüpft sind, man kann jeden einzelnen Term 0 setzen und so die passenden Lösungen bestimmen. Mit unserem nächsten Beispiel kommen wir ungefähr bei Abiturniveau an. Die schlechteste Idee, die man hier haben könnte bei dieser Gleichung, ist die Klammer aufzulösen. Wenn man das macht, kann man das auch als mathematischer Selbstmord bezeichnen. Also, es geht darum zu erkennen, wir haben ein Produkt, das aus mehreren Termen besteht. Deshalb können wir wieder diesen sogenannten Satz vom Nullprodukt anwenden. Also, entsprechend nehmen wir jeden einzelnen Term und setzen es 0. Bei dem ersten Term ergibt sich dann x² minus 9 ist 0. Dann können wir noch ein bisschen umformen. x² ist gleich 9. Dann ziehen wir die Wurzel und haben wieder zwei Lösungen. Eine positive und eine negative. Bei dem zweiten Term haben wir e hoch x minus 1 ist 0. Auch hier ein bisschen umformen. e hoch x ist gleich 1. Dann, um e wegzubekommen, logarithmieren. Entsprechend bleibt auf der linken Seite nur noch x. Und auf der rechten Seite ln1. Für den Fall, dass man sich an dieser Stelle erinnert, ln1 war ein besonderer Wert des Logarithmus. Und zwar war immer 0. Und die dritte Möglichkeit, und das ist auch automatisch die letzte Lösung, das ist in diesem Fall die vierte. x4 ist gleich 0. Also, insgesamt hat diese Gleichung vier Lösungen. Unser nächstes Beispiel ist eine reine Exponentialgleichung. Beim ersten Blick sieht es nicht so aus, als könnte man was ausklammern. Aber wir erinnern uns, bei Gleichungen ist es immer günstig, wenn man zuerst alles auf eine Seite bringt und erst dann entscheidet, welchen Lösungsansatz man nimmt. In diesem Fall, wenn ich die zwei e hoch x mit minus rüberbringe, dann ist es deutlich und leicht erkennbar, dass man hier e hoch x ausklammern kann. Also, entsprechend bleibt beim ersten Term dann noch eine e hoch x übrig und hinten die minus 2. Jetzt haben wir wieder unsere Produktform. Deshalb können wir wieder jeden einzelnen Term 0 setzen. Erste Möglichkeit wäre e hoch x gleich 0. Wir erinnern uns, die e-Funktion kann aber anhand ihrer Eigenschaften, ich zeichne hier nur kurz das Schaubild der e-Funktion, niemals 0 oder negativ sein. Die erreicht niemals die x-Achse, beziehungsweise liegt auch nicht im negativen Bereich. Deshalb bringt dieser Ansatz keine Lösung mit sich. Die zweite Möglichkeit lautet e hoch x minus 2 ist 0. Dann machen wir plus 2. Deshalb e hoch x ist gleich 2. Entsprechend logarithmieren. x ist gleich ln 2. Das ist dann unsere einzige Lösung. Zum Schluss noch eine trigonometrische Gleichung. Wir haben auch hier zwei Terme. Wir kennen, glaube ich, ganz gut die Gemeinsamkeiten. Also, sin ausklammern. Entsprechend bleibt dann in der Klammer nur noch cos x minus 2, Klammer zu gleich 0. Anhand dieser Produktform kann wieder der erste Term 0 sein. Also, sin von x kann 0 sein. Oder die rechte Seite, cos von x minus 2 kann 0 sein. Und um diese Gleichung aufzulösen, brauchen wir natürlich wieder die Schaubilde der sin- und cos-Funktion. Wir haben hier mit grün sin abgebildet und mit blau cosinus. Ich trage nur mal die wichtigsten Stellen noch mal kurz ein, die wir zum Ablesen brauchen. Also, im Bereich 0 bis 2pi. Für welche x-Werte kann sin 0 sein? Ich glaube, ganz gut erkennbar. Für 0, pi und 2pi. Also haben wir an dieser Stelle eigentlich drei Lösungen. x1 ist 0, x2 ist pi und x3 ist 2pi. Auf der rechten Seite könnten wir noch ein bisschen umformen. Cosinus von x, s gleich 2. Aber wir erkennen, sin und cos gehen nach oben bis maximal 1. Also 2, der Wert 2 wird niemals erreicht. Ist außerhalb des Wertebereichs. Deshalb gibt es keine weitere Lösung. Wie gewohnt, am Ende noch ein paar wichtige Hinweise bezüglich dieser Gleichungen. Als erstes, wenn Brüche vorhanden sind, dann immer verschwinden lassen. Das bedeutet, mit dem Hauptnenner durchmultiplizieren. Dann zuerst mit dem richtigen Blick erkennen, ob Terme was gemeinsam haben. Kurz gesagt, ob überhaupt Ausklammern bzw. Satz vom Nullprodukt in Frage kommt. Für die trigonometrischen Gleichungen heißt es wieder Schaubilder auswendig lernen. Sonst kann man den Teil ohne Taschenrechner keine Lösungen bestimmen. Und nicht vergessen, dieser Satz vom Nullprodukt ist das meistbenutzte Ansatz zur Lösung von Gleichungen. Deshalb sollte das einer der ersten Gedanken sein, die ihr habt, wenn ihr eine Gleichung lösen wollt.